Guten Tag, mein Name ist Michael Alexander Beisecker. Ich bin PC-Sicherheitsexperte und Chefredakteur des Ratgebers PC-Pannenhelfer. Ich bin froh, dass Sie mein Enthüllungsvideo anschauen, denn auf fast jedem Rechner sind bereits Schadprogramme installiert. Erfahren Sie jetzt sofort, ob auch Sie betroffen sind. Sind die drei gefährlichsten Schadprogramme der Welt auch schon auf Ihrem PC installiert? Ich schicke Ihnen heute diese Einmeldung, weil eine neue Schadprogrammepidemie Sie und jeden anderen Computernutzer in Deutschland bedroht. Ich habe herausgefunden, dass drei besonders gefährliche Schadprogramme schon auf 79% aller von mir untersuchten Rechner installiert sind. Ich zeige Ihnen daher gleich, wie Sie Ihren PC sofort auf diesen extremen Schadprogrammbefall überprüfen können und wie Sie diese gefährliche Software schnell wieder loswerden. Denn diese drei gefährlichsten Programme verursachen großen Schaden. Sie persönlich werden ausspioniert. Ihr PC wird manipuliert oder von außen ferngesteuert. Die Rechnerleistung verlangsamt sich. Ja, Ihr gesamter Computer kann zerstört und mitsamt Ihren persönlichen Daten vernichtet werden. Jeder digitale Datenkontakt kann mittlerweile ansteckend sein. Es reicht, wenn Sie Daten von einem infizierten USB-Stick auf Ihren Rechner übertragen. Zum Beispiel, wenn Ihnen ein Freund Bilder vom letzten gemeinsamen Ausflug auf einem USB-Stick zur Verfügung stellt. Die Infektionsmöglichkeiten mit Schadprogrammen haben mittlerweile fast skurrile Wege angenommen. Oder hätten Sie sich vorstellen können, dass Ihr Wasserkocher Ihnen einmal gefährlich werden kann? Gerade kürzlich wurden in chinesischen Wasserkochern und Bügeleisen geheime Computerchips gefunden, die PCs in einem 200 Meter Radius per WLAN mit Schadprogrammen infizieren können. Auch Ihr PC könnte bereits verseucht sein. Das sind sieben Alarmzeichen für einen verseuchten Computer. Erstens, Sie erhalten plötzlich ungewöhnlich viel Werbung. Zweitens, Ihr PC startet nicht oder arbeitet immer langsamer. Drittens, ein unbekanntes Programm warnt Sie vor Infektionen Ihres PCs. Viertens, beim Start Ihres PCs sind Symbole und Dateien auf dem Desktop plötzlich anders angeordnet. Fünftens, Sie haben keine oder nur eine langsame Internetverbindung. Sechstens, beim Surfen im Internet wird Ihr Browser auf andere Internetseiten entführt als die, die Sie angegeben haben. Siebtens, Sie erhalten seltsame Fehlermeldungen oder Ihr PC erzeugt aus heiterem Himmel Signaltöne. Das türkische bei solchen verdächtigen Alarmzeichen, natürlich kann auch nur ein Software- oder Hardwarefehler vorliegen. Doch nur weil Ihr Virenscanner nicht meckert, können Sie noch lange nicht sicher sein, dass kein Schadprogrammbefall vorliegt. Denn viele Schadprogramme werden von Ihrem Virenscanner gar nicht erst entdeckt. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob Sie einen kostenlosen oder einen kostenpflichtigen Virenscanner nutzen. Die Geschwindigkeit, in der sich Schadprogramme entwickeln und verbreiten, ist rasant. So rasant, dass selbst die besten Virenscanner nur hinterherhinken können. Was können Sie also tun? Wie stellen Sie fest, ob es sich bei einem Programm lediglich um einen Hard- oder Softwarefehler handelt? Oder, viel wahrscheinlicher, ob Sie tatsächlich Opfer eines Schadprogramms sind? Und noch viel wichtiger, wie werden Sie diese Schadprogramme wieder los? Denn das ist in den allermeisten Fällen gar nicht so einfach. Doch ich habe die Lösung für Sie. Nutzen Sie einfach meinen ultimativen Schadprogramm-Vernichter. Nirgendwo sonst erhalten Sie ein solch effektives Bereinigungstool für Ihren PC. Ich habe selbst überall danach gesucht und war total verärgert. Weil ich nirgends eine Waffe gefunden habe, die wirklich gegen diese gefährlichen Plagegeister hilft. Stattdessen habe ich in den vergangenen Wochen meine zahlreichen Informationsquellen rund um den Globus angezapft. Und meinen direkten Draht zu Sicherheitsfirmen wie G-Data und Kaspersky genutzt. Ich habe hunderte Berichte und Meldungen aus den USA ausgewertet, da viele Schadprogramme dort mit ein paar Wochen oder Monaten Vorlauf auftreten. Das Ergebnis dieser aufwendigen Recherche? Heute kann ich Ihnen endlich guten Gewissens die einzig wirksame Schutzmaßnahme anbieten, die Sie als sicherheitsbewusster Windows-Nutzer dringend benötigen. Mein ultimativer Schadprogramm-Vernichter erkennt und vernichtet die aktuell drei gefährlichsten Schadprogramme der Welt. Der ultimative Schadprogramm-Vernichter ist eine brandaktuelle und leicht verständliche Anleitung, die ich als führender PC- und Internetsicherheitsexperte exklusiv für Sie entwickelt habe. Sie können Ihr persönliches Exemplar nur heute kostenlos anfordern. Mein ultimativer Schadprogramm-Vernichter ist die einzig wirksame Schutzmaßnahme, die es derzeit gibt. Mit Beiseckers ultimativem Schadprogramm-Vernichter erfahren Sie, wer die drei gefährlichsten Schadprogramme der Welt sind, die auf 79% aller Rechner installiert sind. Welchen Schaden Sie anrichten. Wie Sie überprüfen, ob die Plagegeister sich auch schon auf Ihrem PC eingenistet haben. Und wie Sie die Schadprogramme schnell wieder loswerden. Plus zweitens extra gratis. Beiseckers Spezialreport. Sieben weitere extrem gefährliche Programme, die Sie niemals vermutet hätten. Es sind Programme, die Sie fast alle täglich nutzen. Ich verrate Ihnen in diesem Spezialreport. Das sind die sieben fiesen und gleichzeitig prominenten Programme. So schaden Ihnen diese angeblich so tollen Programme. Und ich zeige Ihnen, welche Alternativprogramme Sie besser nutzen sollten, für deutlich mehr Sicherheit am PC und im Internet. Aber Achtung! Was tun Sie gegen neuartige Schadprogramme, die Sie in den kommenden Wochen attackieren werden? Schließlich entstehen täglich über 6000 neue Schadprogramme. Kann es da überhaupt einen perfekten Schutz geben? Ich sage ja. Denn ich kenne die aktuellen Gefahren und Schutzmaßnahmen ganz genau. Dafür beschäftige ich mich fast rund um die Uhr mit dem PC und seinen Sicherheitslücken. Ich behalte jede Entwicklung für Sie im Auge. Ich informiere Sie sofort, wenn neue Schadprogramme aus dem Internet Sie bedrohen. Verlassen Sie sich nicht allein auf Ihren Virenscanner. Bei der aktuell kritischen Bedrohungslage schützt Sie Ihr Virenscanner nicht ausreichend. Machen Sie besser regelmäßig einen systematischen PC-Check. In meinem Praxisratgeber PC-Pannenhelfer zeige ich Ihnen, wie das geht. Der PC-Pannenhelfer ist Deutschlands renommierter Beratungsdienst speziell für erfahrene PC-Anwender. Der PC-Pannenhelfer ist genau dann richtig für Sie, wenn Sie sich vor Schadprogrammen schützen und sicher im Internet surfen möchten. Der PC-Pannenhelfer unterstützt Sie auch, wenn Sie PC-Probleme unter fachkundiger Hilfe gerne selber lösen und wenn Sie Ihren PC störungsfrei verwenden möchten. Im PC-Pannenhelfer liefere ich Ihnen alle passenden Tools und Anleitungen. Damit können Sie Ihren PC genauestens unter die Lupe nehmen. Identifizieren Sie die Ursachen für PC-Pannen und beheben Sie alle PC-Probleme im Handumdrehen. Machen Sie es einfach wie mein zufriedener PC-Pannenhelfer-Nutzer Michael Kneise. Der Vorteil beim PC-Pannenhelfer ist, dass man, wenn man die Unterlagen bekommt, dass man auf eine Vielzahl von Ideen stößt. Und ich habe zum einen den Punkt Virenbefall ein Thema, was bei jedem ein Thema ist und habe dann das Microsoft Windows Essential installieren können. Der PC-Pannenhelfer hat es vorgeschlagen. Ich habe das durch den PC-Pannenhelfer installieren können. Ich kann es privat unbegrenzt verwenden. Ich muss es nicht kaufen. Und meine Rechner, ich habe insgesamt fünf in der Anzahl, sind alle frei von Virenbefall. Profitieren auch Sie von den Vorteilen des PC-Pannenhelfer-Nutzer Michael Kneise. Der PC-Pannenhelfer ist seit fast 20 Jahren das jederzeit topaktuelle Standardwerk, das Ihnen bei PC-Pannen zuverlässig hilft. Lösen Sie ganz einfach Probleme, die durch Schadprogramme entstehen oder durch Fehler in Anwendungen verursacht werden, wie Word oder Ihrem E-Mail-Programm. Oder lösen Sie Probleme, die aufgrund eines Hardware-Defekts entstehen, wie Grafikkarte oder Festplatte. Machen Sie endgültig Schluss mit Geräten, die plötzlich anfangen zu spinnen, wie zum Beispiel Ihr Internetrouter, Ihr Monitor oder Ihr Drucker. Was immer das Problem ist, mit dem PC-Pannenhelfer an Ihrer Seite werden Sie es zielsicher auch spüren und lösen. Es spielt auch keine Rolle, welches Windows-Betriebssystem Sie derzeit nutzen. Egal ob Windows 7 oder Windows 8 oder Windows 8.1 oder Windows XP oder Windows Vista. Der PC-Pannenhelfer unterstützt Sie bei jeder der genannten Windows-Versionen. Schnell, leicht verständlich und zuverlässig funktionierend. Denn sollten Sie mal vor einem Problem stehen, bei dem Ihnen mein PC-Pannenhelfer nicht auf Anhieb weiterhilft, dann rufen Sie mich einfach an. Zusammen mit meinem Team ausgewiesener PC-Spezialisten helfe ich Ihnen gerne weiter, selbstverständlich kostenlos. Mehr als 147.983 PC-Anwender vertrauen bereits mir und der Hilfe aus dem PC-Pannenhelfer. Denn ich beschäftige mich seit über 30 Jahren beruflich mit Computern. Also weit länger, als es Windows gibt. Darüber hinaus habe ich weit über 70 IT-Fachbücher veröffentlicht. Auch Sie können jetzt von meinen Empfehlungen und Anleitungen für sicherheitsbewusste PC-Anwender profitieren. So wie Hans-Jürgen Klemmer aus Bergheim dies seit Jahren tut. Mein Name ist Hans-Jürgen Klemmer. Seit mehreren Jahren nutze ich den PC-Pannenhelfer. Besonders gut gefällt mir die klare Strukturierung, die Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die leicht verständlich sind, sowie die Rubrik, wo Kunden ihre Probleme der Redaktion melden, die dann auch als Lösungen veröffentlicht werden. Ich würde den PC-Pannenhelfer jedem empfehlen. Genießen ab sofort auch Sie die Sicherheit und vertrauen Sie ausschließlich Experten geprüften Lösungen. Sie können den PC-Pannenhelfer am Ende dieses Videos zum exklusiven Gratistest anfordern. Als Dankeschön für Ihre kostenlose Testanforderung erhalten Sie die große PC-Sicherheitsbox. Mit der großen PC-Sicherheitsbox schützen Sie Ihre Privatsphäre, indem Sie Spuren im Internet löschen. Aktivieren Sie die Tarnkappe beim Surfen und sind so völlig anonym im Internet unterwegs. Decken Sie akute Sicherheitslücken Ihres PCs auf und eliminieren Sie erfolgreich. Erfahren Sie, was Sie unbedingt tun und vor allem auch unterlassen sollten, wann immer Sie im Internet unterwegs sind. Erhalten Sie 33 unverzichtbare Programme, mit denen Sie Ihren PC schneller, stabiler und sicherer machen. Erweitern Sie Ihren Windows-PC um bisher fehlende, aber wichtige Funktionen. Schützen Sie sich ab sofort effektiv vor Datenverlust und Diebstahl. Die große PC-Sicherheitsbox und Ihr persönliches Exemplar des Praxisratgebers, Ihr PC-Pannenhelfer, liegen schon für Sie bereit. Nur heute erhalten Sie für Ihren Gratistest des PC-Pannenhelfers auch noch Beiseckers ultimativen Schadprogrammvernichter. Geschenkt! Plus Beiseckers Spezialreport. Sieben weitere extrem gefährliche Programme, die Sie niemals vermutet hätten. Und denken Sie daran, bereits während Ihres Gratistests können Sie bereits alle ergänzenden Services des PC-Pannenhelfer nutzen. So zum Beispiel das passwortgeschützte Lösungs- und Wissensarchiv im Internet und auch den Experten-Service per Telefon und E-Mail. Ein einziger Anruf bei mir kann Ihnen unter Umständen 75, 150 oder 225 Euro sparen. Denn so viel kommt schnell zusammen, wenn Sie stattdessen bei PC-Problemen einen Computerservice beauftragen müssen. Antworten Sie unbedingt noch heute vor 23 Uhr 59 Minuten und 59 Sekunden. Denn nur bis dahin steht Beiseckers ultimativer Schadprogrammvernichter garantiert zur Verfügung. Wenn Sie zu spät antworten, kann ich nicht garantieren, dass Beiseckers Schadprogrammvernichter noch abrufbar ist. Sichern Sie sich das jetzt sofort, völlig kostenlos. Beiseckers ultimativen Schadprogrammvernichter, Beiseckers Spezialreport, die große PC-Sicherheitsbox und den PC-Pannenhelfer im Gratistest. Klicken Sie dazu auf den Button unterhalb dieses Videos.